Wunderbarer Tag heute in Aturan. Tipptopp. Herzlich willkommen zu diesem kurzen Thema Dublin. Wir sind ein wenig in einer Expansion. Sagt man mal etwas von dir, respektiv von eurem Land? Wie viele Leute haben wir hier in der Schweiz? Was sind deine Ziele im Bereich von Dublin? Wir sind in der letzten Zeit recht vorwärts gekommen. Wir sind ja weiter dran. Der nächste Schritt wird sicher sein, dass wir Indien aus Sri Lanka angehen. Indien aus Sri Lanka? Genau. Das wird der Fokus sein. Die Leute sind ja interessiert und wie man so viele Zahlen kennt, immer mehr im Online-Bereich. Darum in der Schweiz leben die Tamina vor allem. 70'000, oder? 70'000, genau. 70'000, genau. 70'000, genau. Und die sind jetzt immer mehr unter uns informiert. Und die sind voll dran und sehen, dass es eine top Sache ist. Und darum wollen wir das dann an Leuten auch vermitteln, weil wir dann auch die sprachliche Möglichkeit haben, die man in Ordnung zu schenken. Also Dublin ist ja eine Online-Plattform. Genau. Im Shopping-Bereich und Travel. Ich bin der Meinung, dass es du, weil ich kann es nicht, also und ich habe den Respekt natürlich, dass du das am besten machst, dass du deinen Leuten mal auch ein bisschen sagst, was ist Dublin etc. in ihrer Sprache etwas überquert. Oh, das ist richtig, genau. Genau. Also, ich habe einen 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 Sie sind alle die Dinge, die sich selbst in den Arbeitslosen und die Arbeitslosen und die Arbeitslosen. Ich glaube ich verstehe, ich verstehe schon langsam, weil du sagst, in der Schweiz geht mir das auch drüber. Genau. Stimmt, super. Also, ich sehe das Potenzial, ich glaube, wir halten hier in der Schweiz solche Meetings ab in eurer Landessprache. Dann würde ich, wenn ich dir wäre, den Leuten auch sagen, dass du sie einladest, sie sollen mit dir Kontakt aufnehmen, damit wir hier in der Schweiz, in Zürich, in Bern, in ihren Sprachen natürlich das machen, dass wir mit ihnen Kontakt in ihr Land gehen. Genau. Das ist mehr für euch jetzt natürlich auf die Expansion. Ja. Das ist mehr für euch jetzt natürlich auf die Expansion. Und wir freuen uns natürlich, das Land besser kennenzulernen. Und ich glaube, die Zeit ist reif, dass man das Geschäft und das Geschenk an das Land rübergeben kann. Wäre noch dankbar, wenn du das so würdest deinen Leuten so weitergeben. Genau. Also, ich freue mich. Das ist mehr für alle, dass wir in der Schweiz, in der Schweiz gewöhnt sind. Ich freue mich. Dann habe ich mich. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. Danke vielmals für deine Unterstützung. Ja, ich freue mich. Ich freue mich. Danke, danke. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Untertitelung des ZDF, 2020